Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das hier passiert ist. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Das heißt, Sie müssen den Heizkessel in Betrieb halten, die verschiedenen Hotelflügel abwechselnd beheizen und aufpassen, dass das Hotel den Winter in gutem Zustand übersteht. Das ist doch genau das Richtige für mich. Ich berühre dich, entführe mich, begebe mich auf die Reise. Ein Fleisch einst an mir, verändert mich auf ganz besaure Beise. Verlangen brennt in mir. Verlangen brennt in mir. Was ist mit Zimmer 237? Zimmer 237. Ich denke, Sie haben das vor 237. Mr. Hello, was war in diesem Zimmer? Gedanke, Sie verrücken mich, versuchen mich nicht zu wundern. Meine Glöcke, Sie, Sie sind für mich, Sie zeigen mich zu wundern. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.